Hi, ich habe euch das Verlassen der Höhle jetzt einfach mal erspart. Wir begeben uns heute nach Makath und überzeugen den Priester davon, dass wir im Zuge dessen sind, eine böse Ruine auszuplündern und dass es gut wäre, wenn er mit uns käme. Und wenn der Priester dann mit uns kommt, tja, werden ihm schreckliche, gar fürchterliche Dinge geschehen, fürchte ich. Das ist aber schade. Das ist aber sehr, sehr schade. Ähm, ich mag die Gegend um Makath, wenn es nur nicht diese Abgeschworenen gäbe. Und Berge, durch die man durchgucken kann, sind auch immer ganz lustig. Was zur Hölle? Naja, der ist komisch. Aber ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Oh, ein Khajiit. Ein frei herumlaufender Strange. Ich habe eben mal aus Jux und Dollerei mir eine schwere Rüstung angezogen und bin damit so abgesporen und gegangen. Mann, fühlt sich das gut an. Wie viel man einfach aushält. Aber gleichzeitig ist man halt so ein wandelnder, langsamer Panzer und das ist einfach überhaupt nicht der Spielstil für mich. Muss ich an dieser Stelle sagen. Man ist zwar in leichter Rüstung definitiv beim, wenn man Fehler macht, schneller kaputt. Aber es passt einfach besser zu mir, dass ich schnell kaputt bin, wenn ich Fehler mache. Das ist eine der herausstechenden Charaktereigenschaften, die mich auszeichnen. Nein, aber eine Sache, die ich hier ausgefunden habe, falls es wirklich irgendwann in irgendeiner Hinsicht erforderlich sein sollte, viel auszuhalten. Keine Ahnung, 10 Millionen Pfeilhage. Ähm, könnten wir eine Speerrüstung anlegen. Nur, um sie wirklich benutzen zu können, bräuchte man Perks und das wäre halt rausgeschmissen irgendwie. Die können wir besser verwenden. Ähm. Warte mal, Understone Keep. Genau, da will ich mit dem Priester reden. Und ihn in eine gar grausige Falle locken. Bam, bam. Streets of Whiterun läuft im Hintergrund. Yay. Äh, der Priester ist tatsächlich dort. Ich bin gerade mit Absicht vorbeigerannt, weil ich euch zeigen wollte, wie es aussieht, wenn man... ...an etwas vorbeirennt. So, da dürfte der Priester weiterhin sein. Es ist so schön, so lang sprinten zu können. Das könnte man halt in schwerer Rüstung auch nicht. Der Priester ist nicht da. Wir haben einen Questmarker. Wieso folge ich ihm nicht? Ich habe keine Ahnung. Es wäre das Klügere. Oh ja, und hier gibt es Quests mit Wehmaruine. Juhu. Werden wir nicht machen. Lol. Weil wir haben aktuell gegen Wehmar Konstrukte noch keine Chance. Wirklich null Chance. Können wir total vergessen. Wir müssen da gar nicht reingehen, weil wir nicht mehr rauskommen. So, wo ist denn der Typ? In der Halle der Toten. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, ergibt das Sinn, du Idiot. Heißt, ich hätte auch durch die andere Tyre gekonnt, aber naja, jetzt ist es geschehen. Was will man machen? Ich brauche einen Priester in meinen Reisen. Vielleicht gibt es ja Schätze, die wir dann teilen könnten. Ja, du korrupter Typ. Du wirst dir noch wünschen, du hättest nicht ja gesagt. Momente, in denen man Türen öffnet und sie sich nur schließen. So, aufs Pferd und zur Höhle, würde ich sagen. Ein bisschen Backtracking, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen Reise. Also, es ist okay. Es gibt ja leider keine Kutsche, die mich zu Reach Cliff Cave führt. Das wäre, um ehrlich zu sein, auch ein wenig absurd. Ich weiß auf jeden Fall, dass diese Belohnung für diese Quest die Reisen auf jeden Fall wert sein wird. Oh ja, das wird sie. Das wird sie sowas von. Look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. Entschuldigung. Ich musste das mal loswerden. Ich werde ab jetzt immer, wenn ich die Stadt Markhardt verlasse, genau an dieser Stelle dieses einen Lied singen. Denn ich bin der Liedsinger, ja. Und da liegt Nürnwood. Und wenn er Nürnwood ist, dann kenne ich keinen Erbarmen, ne. Dann laufe ich da hin, nehme was mit und gehe wieder. Und zwar knallhart. Ohne Erbarmen, Junge. Und so bin ich. Ich bin voll der harte Typ. Ich habe übrigens aus der Namira-Höhle, ähm, den Ausgang gefunden. Nur wie gesagt, ich habe euch das mal erspart, weil es war ne, ne undankbare Suche. Und die Abkürzung nach draußen war halt wirklich nicht so stark. Was? Also, 10 Force Thorn, ne Spriggen, die gegen ne Hackraven kämpft und 3 Leute in voller Org-Rüstung. Was? Alter. Wir schauen uns das an. Einfach aus Interesse. Mal sehen, wer gewinnt. Ähm, ich werde die nicht looten, weil die von ner Mod gespawnt werden. Und das habe ich euch ja schon erklärt. Interessanterweise gewinnen die Force Thorn. Hätte ich gar nicht gedacht. Das waren zwei Typen mit Org-Rüstung. Ah nein, ich glaube die Spriggen wird gewinnen. Das ist wahrscheinlicher. Wir helfen mal beim Besiegen der Spriggen. Denn unser Begleiter hat sich in den Kampf eingemischt. Und wenn wir nicht helfen, kommen wir da niemals durch. Boah, diese Sprigantin. Ja, gegen Spriggens haben wir eine Chance. Aber auch wirklich nur, wenn wir voller Ausdauer haben. Und diese Org-Rüstung lassen wir liegen, weil ich fände das logischerweise ein bisschen, ähm, naja. Unfair. Wir haben die ja nicht getötet und die sind auch nicht im normalen Spiel. So, äh. Auch nicht in Requiem. Da ist jetzt auch noch ein Wolf. Der von ner Ziege wegläuft. Was? Wir ignorieren das mal. Richcliff's Secret Entrance. Ein Geheimeingang. Wusste gar nicht, dass die Gegend darum auch nen Namen hat. Äh, Typ, bist du noch da? Okay. Folge mir ruhig. Alles schön. Sieht diese Höhle nicht total interessant aus? Wo, who, who are you? What's going on? Priest of Arkay. I'm your friend. You're my... friend? Yes, I'm your friend. And I've invited you to dinner. I've been invited to dinner. I'm so hungry. Why don't you lay down and rest, while we get the meal ready? I need to lay down. I'll just be a minute. Come with me. Our feast is about to begin. Der ist eindeutig unter Droge. Unter Daedrischer Droge. Karl Drogo. Christoph, mein Ernst. Können wir noch mit ihm reden? Nein. Ah, lecker. Ich bin Namira. The Lady of Decay. Your consumption of the blood and bile of Arkay's own is pleasing to me. I give you my ring. Wear it. And when you feast on the flesh of the dead, I will grant you my power. Danke, meine Lady. Wallow in your wretchedness, my newest champion. I knew when you walked into the hall of the dead, that you were special. The ring feels cold to the touch and only Namira herself knows what wild powers reside in it. Namira und mein Magie-Menu. Magie-Menu. Und wenn ich Leichen esse, dann kriege ich mehr Health und Stamina. 250 Punkte. Nicht wenig, oder? Wir sind damit jetzt bei 400 Stamina. Dieser Ring hat uns geholfen. Und nicht nur das. Ich sprinte gerade übrigens. Ich wusste, wenn du in die Halle des Todes sprachst, dass du speziell warst. Und hier bist du, Champion der Namira. Keeper ihrer Ring. Du bist alles, was ich hoffte, dass du sein würdest. Danke, Eola, für alles. Es ist ein Ehre, Champion. Ja, das sind jetzt praktisch meine Leute. Ich bin hier der krasse Anführer. Geh zuerst. Echt. Es ist ein Ehre, Keeper des Ringes. Namira sprach mit dir. Ich wusste, dieses Feast wird etwas sein. Warte mal, ich kenne dich. Das blödste Fleisch in der Rieche. Ähm, ja. Er verkauft nämlich Fleisch auf dem Marktplatz von Markhardt. Jetzt wissen wir, wo er das Fleisch her hat. Dich kenne ich auch. Du bekommst einen Krieg für mich? Es gibt eine Grund, warum meine Hände so wütend sind, die Menschen in die Hände. Er verkauft die Hunde vor Markhardt. Ich bin so glücklich, Eola hat dich zum Essen geholfen. Einer meiner Kunden? Wollt ihr wissen, dass ich die Verkauf von meinem vergangenen Schwierig hergehe? Schade, was zu ihm passiert. Er hat so guter Tast. Mhm. Da sieht man es mal wieder, wie durchtrieben Markhardt halt einfach ist. Sanyon. Hi. Den kennen wir, glaube ich, tatsächlich nicht. Ich bin so glücklich, Eola hat dich zum Essen geholfen. Oh, seht ihr das? Seht ihr, wie häufig wir jetzt zuschlagen können? Ich bin auf jeden Fall sehr froh über diesen Stamina Boost. Und Dätrische Quests lohnen sich eigentlich fast immer. Außer man kriegt irgendeine schwere Rüstung. Staff of Frostbite 10 Punkte. Na, er ist zu schwer für mich. Lass ihn liegen. Oder leg irgendwas anderes weg. Nimm diesen Trank. So, ja, das war die Namira-Quest-Reihe. Hat uns definitiv weiter an unser Ziel gebracht, ein bisschen stärker zu werden. Ich meine, wir haben jetzt 400 Ausdauer. Wir können mit Sternzeichen das Ganze sogar noch auf 500 heben. Könnte sogar, könnte sich lohnen. 500 Ausdauer? Krass wäre es natürlich, wenn wir 500 Leben hätten. Aber Ausdauer ist auch cool. Und wir sehen uns bei neuen Abenteuern im Reach.